Hallo Schwäbisch Hall, der Podcast der Freien Wählervereinigung. Kommunalpolitik neu vertont. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Hallo Schwäbisch Hall. Mein Name ist Michael Reber. Ich bin stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Freien Wählervereinigung Schwäbisch Hall e.V. im Haller Gemeinderat, kurz FWV. Und wir als neue Mannfrauschaft in der FWV zu Beginn des Wahlkampfs zur Kommunalwahl 2024 haben uns überlegt, was können wir euch als Bürgerinnen und Bürger der Stadt, aber natürlich auch gerne drüber hinaus, anbieten. Wie können wir Kommunalpolitik den Menschen neu näher bringen? Und da ich schon privat einen Podcast seit über einem Jahr mache, habe ich für mich überlegt, ob das nicht ein gutes Format wäre, auch die Menschen, die sich bereit erklären, hier für Demokratie ins Rennen zu gehen. Und die Demokratie vor Ort hier in der Stadt, in Schwäbisch Hall und in den Teilorten natürlich, die vorzustellen, damit ihr genau wisst, wen ihr wählt am 9. Juni 2024. Und ja, die anderen fanden das sofort extrem spannend und cool. Und ja, nachdem wir das letzte Woche in der Nominierungsversammlung auch vorgestellt hatten, war das Feedback ausgesprochen positiv. Und jetzt sind wir natürlich sehr motiviert, hier nacheinander die Kandidatinnen und Kandidaten vorzustellen. Mein Ziel ist aber auch, dass wir spätestens nach der Wahl hier auch immer wieder unsere Position zu gewissen kommunalpolitischen Themen, Entschuldigung, hier auch mitteilen. Damit wir einfach eine Plattform haben, wo wir unsere Meinung auch vielleicht mal ausführlicher rüberbringen können, wie in wenigen Sätzen auch Social Media oder wie auch in mehr oder weniger stattfindender Berichterstattung aus der Gemeinderatssitzung über unsere Position in der Zeitung. Hier hat man einfach im Podcast ein bisschen mehr Zeit. Das wird natürlich kein mega langer Podcast, aber so ist jetzt mal der Plan. Und das heute soll eigentlich nur der Einstieg sein, damit ihr wisst, worum es hier gehen soll. Und ich denke, wir werden so voraussichtlich an Ostern starten, dass wir da nacheinander die Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen. Auch mit Listenplatz natürlich einfach ganz kurz, dann könnt ihr euch ein Bild machen. Wir werden dazu auch Videos aufnehmen, kurze Videos für Social Media, sodass man sich das alles zusammen anschauen, anhören kann. Und dann habt ihr, glaube ich, ein extrem gutes und ausgewogenes Bild von unserer Liste. Es werden wahrscheinlich nicht alle mitmachen, aber doch ein großer Teil unserer Liste von 32 Menschen hier aus der Mitte der Stadtgesellschaft und selbstverständlich auch aus den Teilorten, was uns sehr wichtig ist. In diesem Sinne hoffe ich, dass das Format angenommen wird. Und wenn nicht, dann war es trotz allem ein cooles Experiment. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das, was auch im Intro steht, Kommunalpolitik neu vertont, dass das auch Anhänger haben wird. Und das ist uns allen sicher auch fraktions- und parteiübergreifend. Wir sind ja nur ein Verein, keine Partei. Das muss man heute auch nochmal vielleicht ganz deutlich sagen in der ersten Folge, dass wir sind ein Verein, eine Vereinigung von Menschen hier aus der Stadt. Und dass es heute eine Partei gibt, die mittlerweile auch bundesweit antritt, die genauso heißt, heißt nicht, dass wir automatisch dieser Partei angehören. Das ist definitiv nicht der Fall, sondern wir sind eine Wählervereinigung, ein eingetragener Verein von Menschen aus Schwäbisch Hall für Schwäbisch Hall. Das ist vielleicht ganz vorne weggestellt. Aber nochmal, uns ist es wichtig, dass wir hier Menschen haben, die für Demokratie sich aufstellen lassen und dass dieses Format auch dazu beitragen soll, Demokratie wieder besser zu verstehen. Ja, und wo kann ich das besser und sichtbarer haben als hier direkt vor Ort? Ja, hier die Menschen kennt man, die dort im Gremium sitzen, die treffe ich jeden Tag irgendwo hier im Stadtgebiet oder abends in den Vereinen, wo alle irgendwo aktiv sind. Und das wollen wir euch einfach näher bringen, weil wir schon auch gemerkt haben, dass das Interesse zu kandidieren vielleicht, sage ich mal, vorsichtig besser sein könnte. Ja, wobei wir echt stolz sind, dass wir so tolle Menschen gefunden haben, die hier mitmachen. Und das war, glaube ich, unser größtes Pfund, dass wir keine Partei sind. Ja, das muss ich ganz klar hier auch sagen. Nur am Ende gehört es irgendwann in der Demokratie, zumindest wenn es in Landtag und Bundestag geht, geht es halt nicht ohne Partei. Das gehört zu dieser parlamentarischen Demokratie dazu. Aber hier vor Ort, hier in Schwäbisch Hall, geht es um die Personen, die das ehrenamtlich machen wollen. Die Menschen, die sie gewählt haben, vertreten in einem Gremium von 32 Personen und gemeinsam mit der Verwaltung oder auch mit Vorschlägen an die Verwaltung, die Stadt weiterzubringen, um sie weiterhin als einen extrem lebenswerten Ort hier im nordöstlichen Baden-Württemberg zu halten, zu machen und natürlich auch besser zu machen. So, sehr viele hochtragende Worte heute, aber das sollte einfach mal klar machen, worum es hier gehen soll. Und wir sind alle, die hier auf der Liste stehen, schon sehr gespannt, wie ihr dieses Format annehmen werdet. Und vielleicht wird es auch irgendwann so werden, dass es da vielleicht auch Gäste gibt, die zu bestimmten Themen, die in der Stadt aktuell sind, einfach auch ihre Meinung sagen. Vielleicht diskutieren wir da auch mal kontrovers. Vielleicht lade ich auch andere Fraktionen ein. Was heißt ich? Ja, ich bin halt der, der den Podcast hostet und aufnimmt. Aber das, glaube ich, wäre ein cooles Format, um Demokratie auch wieder ein bisschen greifbarer zu machen. Ja, wie nur irgendwo von der Gemeinderatssitzung was zu lesen und dann wieder auf Facebook sich Kommentare anhören zu müssen. Ja, was haben die da jetzt wieder beschlossen? Nee, genau das wollen wir nicht, sondern wir wollen erklären, warum und wie diese Entscheidungsprozesse so zustande gekommen sind, wie sie zustande kommen. Ja, ich glaube, das reicht euch mal. Und seid extrem gespannt auf unsere Kandidatinnen und Kandidaten der FWV, der Freien Wählervereinigung Schwäbisch Halle e.V. In diesem Sinne, euer Michael Reber. Schönen Abend, schönen Tag. Ciao. Hallo Schwäbisch Halle, der Podcast der Freien Wählervereinigung. Kommunalpolitik neu vertont. Hallo Schwäbisch Halle Philipp K Bis zum nächsten Mal.